Ja, ich habe ziemlich lange überlegt, ob ich jetzt dieses Video jetzt wirklich mache. Aber ich werde dieses Video jetzt einfach mal machen. Ich werde euch ein bisschen was zeigen. Auf jeden Fall heute ist einfach mal kurz Thema, wie es zum Umdenken gekommen ist und so weiter und so fort. Das ist nur kurz angeschnitten jetzt hier. Ja, für mich wird ja einiges zurzeit besser und das ist eigentlich auch für mich ziemlich gut. Am Rande gesagt möchte ich mich an Toga bedanken, an Tobi und Verbanda nebenbei und auch an Soph und an die Leute, die mich auch mit unterstützt haben, wie Katja Christmann und so weiter. Ähm, die mich in Sachen auch beispielsweise Narzissmus etc. pp. mich aufgeklärt haben. Ähm, damit ich mal aus dem Tief mal rauskomme und wach werde. Und das ist jetzt nun passiert. Meine Therapeutin muss ich einfach nochmal kurz auch erwähnen, wenn sie dieses Video schaut. Danke für Ihre Unterstützung. Ähm, ja, mir geht es dadurch viel, viel besser, wie Sie ja sicherlich schon bemerkt haben. Ähm, ja. Ähm, wahrscheinlich werden Sie jetzt grinsen, weiß ich nicht. Ähm, ja. Immer wieder charmant mit Ihnen. So, ähm, ich möchte jetzt hier ein paar Dinge erstmal klarstellen und auch erstmal ein bisschen erzählen, ähm, warum es zu einer derartigen Veränderung kam, von einem Tag zum anderen. Das möchte ich erstmal hier als Bildnachweis hier erstmal zeigen. So, dieses Bild war wirklich mal ursprünglich, als ich im Berufsbildungsbereich war, der Lebenshilfe und da meinen Abschluss gemacht habe, wo ich diese drei Jahre oder was es da ist, abgeschlossen habe. So, daher habe ich auch diesen Zettel an der Hand. Und ja, ihr seht es, wenn man jetzt genau auf dem Bild guckt, ich sehe da nicht wirklich gesund aus. Und ich sehe da nicht nur, weder gesund noch sonstiges. Ich sehe ziemlich krank aus. So, liegt einfach daran, dass ich Medikamente, wie ich ja schon bereits erwähnt hatte, wie Risperidon genommen habe, die mich haben böse, böse aufquellen lassen. Und die haben mich nicht nur böse, böse aufquellen lassen, die haben mich so sediert, dass das mit meinen Stoffwechsel sogar sediert hat. Finde ich nicht sonderlich lustig. Das ist auch der Grund, warum ich auch so hinterher bin. Dass ich mit unter an die 1000 Kilokalorien, ich glaube heute waren es schon wieder 1000 Kilokalorien, ich muss mal eben auf mein Handy schauen, über die Sport-App. Muss mal gerade gucken, weil es ist nämlich auch sehr, sehr entscheidend, was ich wirklich verbraucht habe hier, Fitness. Fortfahren, fortfahren, erlauben, so. Also ich habe heute, also maximal, Standard wäre 820 Kilokalorien im Verbrauch, nur vom Bewegen. Ich habe 1441 Kilokalorien aufgezeichnet und, also hat die Uhr mit aufgezeichnet. Und habe ich tatsächlich verbraucht. Schritte an Strecke habe ich wohl 13,29 Kilometern gelaufen und hinterlegt. Das heißt, das sind so um die 18.000 Schritte, die ich gelaufen bin. Und nur an Übung sind es 1130 Kilokalorien. Das heißt, das, was ich davor nicht aufgezeichnet habe, wurde, also es sind sogar mehr Kalorien, die ich eigentlich verbraucht habe. Ja, tatsächlich, die ich durch das Gym, durch die Fitnessbetätigung, die ich halt mit unter drei Stunden am Stück mache. Und, ja, wenn man dann noch dazu bewegt, noch dazu rechnet, dass ich dann noch einkaufen gehe am selben Tag. Das finde ich auch gerade froh, wenn ich mal sitzen darf. Sitzen, beziehungsweise auch mal gleich was essen darf. Also, ich habe auch definitiv über, knapp gesehen oder gut gerechnet, über 2000 Kilokalorien heute verbraucht. So, und Apple ist eigentlich in der Regel ziemlich genau, was die Zahlen angeht und was. Das ist auch nichts irgendwie, was hausgemachtes ist. Also, es kommt schon hin, am Verbrauch. Dementsprechend war das für mich da, also da wollte ich ja schon abnehmen, aber durch diesen gestoppten Stoffwechsel. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Stoffwechsel bei mir so ramponiert war in dem Moment, durch diese Tablette, die ich mit unter zwei Mal am Tag genommen habe, dass das so ramponiert war, ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte mich bewegen, was ich wollte. Ich habe nicht ein Gramm abgenommen, eher zugenommen. So derbe war das alles. Und dementsprechend sah ich auch da nicht wirklich gesund aus, war ziemlich krank. Ja, glaubt mal ja nicht, dass ich mich da so wohl gefühlt habe. Mal davon abgesehen, in einem Geschlecht leben zu müssen, womit ich mich nicht zugehörig gefühlt habe, war alles einfach nicht wirklich cool. So, und mit dem Outing habe ich einfach auch gesagt, ich fange komplett neu an. Und was ich meine mit komplett neu anfangt ist, Menschen, die mir nicht gut tun, werden komplett rausgeschmissen und werden auch nicht mehr wieder in mein Leben gelassen. Und so viel hielt sich das auch leider mit meiner Ex. So, ich habe ihr gesagt bei der Trennung, okay, du willst die Trennung, bitteschön, aber ich werde nicht mehr wiederkommen. Das habe ich gesagt. Und ich habe auch bei der Trennung gesagt, ich werde dich hochgehen lassen. Das habe ich auch gesagt. Wollte sie ja nicht glauben. Stattdessen hat sie ja die Äußerung getätigt, du bist zu schwach. War für mich noch mal eine Herausforderung, einen draufzusetzen und zu sagen, okay, ich bin schwach, ich bin schwach. Ich werde dir zeigen, wer schwach ist. Meine Ziehmutter hat darüber nur gelacht, weil sie ganz genau wusste, was kommt. Und auch meine Freunde haben gelacht. Und teils auch die Community. Nicht alle in der Community wissen, wie ich da ticke, aber auf jeden Fall ein Teil davon. Und die wissen das, dass ich auch so einer bin und das Talent habe, das so zu verpacken, dass die Person das glaubt. Aber ich mache das nicht so. Und das muss ich einfach noch mal dazu sagen. Bei den meisten Dingen bleibe ich immer bei der Wahrheit. Es ist ultra selten, dass ich überhaupt mal Notlügen tue. Noch nicht einmal das tue ich. Weil ich einfach sage, wer lügt, ist einfach nur reudig und verliert am Ende alles. Und so war das mit der Person nämlich. Sie war sich ja hundertprozentig sicher, dass die Leute das glauben. Es gibt einen Grundsatz, Leute. Wenn solche Leute mit euch so einen Bock schießen, dann machen, wenn die das mit anderen machen, dann machen die das auch mit dir. Das ist einfach so. Und das habe ich auch gelernt. Zwar auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise. Aber ich bin der Meinung, wenn ich Community schützen kann, dann tue ich das. Nicht, weil ich denen die Erfahrung sparen will. Nein. Man hat ja gesehen, was es bei mir war. Und deswegen habe ich mich jetzt auch einfach mal bei Toga Verband da und Tobi mal bedankt, auch unter anderem oder auch Katja Christmann. Die drei sagen mitunter, beziehungsweise die vier sagen irgendwo, das ist selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Ich lag wirklich mitunter am Boden. Und das über zwei Jahre. So schwer hat mich das gekränkt und nicht nur gekränkt, verletzt und gedemütigt. Mit mir hält man es einen Monat aus und mit einem Alkoholiker hält man es ein halbes Jahr aus. So findet den Fehler. Für mich war das eine Kränkung. Und eine Demütigung und zugleich auch eine Beleidigung gegenüber meiner Person. Das zeigt nur wieder, dass die Person Zufußquellen gesucht hat und gar nicht lieben kann. Die weiß nicht mal, was Liebe ist und muss Menschen missbräuchlich manipulieren für ihre Zwecke. Und das sind halt einfach auch so Sachen, wo ich jetzt einfach gesagt habe, da ist jetzt Feierabend. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich bin jetzt auch lange fernab davon jetzt mittlerweile. Die Therapien helfen mir, da auf die Füße zu kommen. Das muss ich einfach auch so sagen. Und es ist echt egal. Die Person wird irgendwann ihre Strafe kriegen. So, entweder vor Gericht oder anderweitig wird das Kammer zuschlagen. So, und ich sag mal so, man sieht es auch sehr, sehr deutlich, die Leute haben natürlich auf sowas keinen Bock und schon gar nicht auf einen Menschen, die verhaltensauffällig ist. So verhaltensauffällig ist, dass man mit Gefühlen spielen muss von anderen Menschen. Menschen eifersüchtig machen muss, ganz räudig, weil damit nutzt man nämlich nicht nur den anderen, nutzt man den anderen aus, sondern man beleidigt und kränkt den Menschen damit an sich und tut dem auch weh damit. Weil er nämlich sich dann Hoffnung macht, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung macht, und man den Böse kränkt und verletzt. So, und das ist halt so Standpunkt, da stehe ich einmal nicht für, das ist nicht fair. Wenn ich jemanden nicht mag, dann habe ich das zu sagen. Wenn ich was von dem anderen nicht möchte, dann habe ich das auch zu sagen. Klar und direkt, wo es hingehört. Und nicht der Wallachei mitzuteilen, beispielsweise, dass ich das scheiße finde, dass Muttern Familienessen bestellt und mich darüber auskotzen will mit einem Live. Das gehört sich einfach nicht. Das sind Familieninterner und die haben Familieninterner zu bleiben. Das habe ich auch nicht Freunden zu erzählen und auch nicht irgendwie Bekanntschaften oder auf der Arbeit. Wenn mich was in der Familieninterner stinkt, dann habe ich das auch nur dort vorzubringen oder die Schnauze zu halten. So kenne ich das. Und habe das nicht in der Welt herum zu verkunden, so dass jeder das weiß und sich dann manch anderer denkt, ja, und was soll ich jetzt mit dem Wissen? Was soll ich jetzt mit dem Konsens? Ich kann da eh nichts machen. Wo ist dein Problem? Und das sind einfach auch so Sachen, wo ich wirklich sage, nein. Also das sind auch Sachen, wo ich jetzt wirklich sage, und da höre ich auch drauf, was meine Therapeutin sagt, desweilen ist es halt auch so, dass ich jetzt am 29.01.2025 noch mal ein Vorgespräch habe muss wegen Mastektomie, weil das letzte Mal viel zu lange her und das war auch viel zu übereit gemacht. Aber das ist auch kein Thema, das kann man immer machen. Das kann man auch immer wieder machen. Nur was ich halt brauche, ist halt dabei eine Überweisung und auch von Endokrinologen die Untersuchungspapiere. Und nicht nur die Untersuchungspapiere, auch Testosteron, die Indikationen und alles, was ich halt dafür brauche. So, dann ist dann der nächste Gang in der Regel, dass ich dann das beantragen muss bei der Krankenkasse. Da muss ich dann auch gucken, wie das dann ist. Kann sein, dass ich dann nochmal einen Zweitantrag stellen muss. Das sind immer so, weiß ich nicht, so zwei, drei Durchgänge oder Durchläufe, die man da machen muss an Anträge, bevor sie es überhaupt genehmigen. Dann ist es halt auch so, dass gutachtermäßig das geprüft wird, auch vom MDK. In der Regel, ob das überhaupt Sinn macht oder ob das überhaupt, wie auch immer. So, und ich werde dann auch, wie gesagt, im Krankenhaus sein und ich werde auch dort live sein, auch unter, wenn es mir möglich ist. Aber hier eins vorweg, ich werde nie sagen, in welchem Krankenhaus ich bin oder wo ich mich aufhalte, weil ich das einfach nicht möchte. so, das hat einfach auch Sicherheitsgründe, das hat auch Gründe mit meiner Gesundheit auch, dass ich mich in Ruhe erholen kann und nicht irgendwelche super unangenehmen Besucher zu erwarten habe, die ich nicht möchte. Wo ich beispielsweise mehrfach gesagt habe, ich möchte das nicht und Person XY möchte das nicht respektieren, wie immer das schon der Fall war. Selbst mein Trainer Benji hat auch schon gesagt, dass das super nervig ist, wenn man solche Leute hat, weil dann braucht man keine Feinde mehr. Es ist halt so, mir ist das egal. Das habe ich jetzt auch meinen anderen Leuten auch gesagt, soll die Person gucken, meine Fresse. Solange sie da ihr Mund hält und auch nicht mehr negativ auffällt, beispielsweise mit negativen Dislikes, soll mir das egal sein. Nur sobald man wieder negativ auffällt, dann wird das auch entsprechend auch wieder seine Folgen nach sich ziehen. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Ich bin da nicht unbedingt harmlos gestrickt und ich habe auch noch ganz andere Kamellen, wenn die rechtlichen Dinge nicht funktionieren. Das habt ihr gemerkt. Ich bin nämlich nicht doof und man hat ja gesehen, wie blöd und blond ich wirklich bin, wie dumm ich bin und wie schwach ich bin. Das liegt einfach daran, dass ich einiges wieder an Kraft zugewinnen konnte und auch an Persönlichkeit, eigene Persönlichkeit, durch selbst neue Entdeckung auch, durch mehr Selbstsicherheit auch gewinnen konnte. Und ja, umso mehr ich natürlich auch die Dinge abgewehrt habe, das muss ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen, umso mehr dann auch Zicken von der gegenüberliegenden Seite kamen, desto mehr wusste ich auch warum und desto mehr wusste ich auch, warum ich Nein gesagt habe und ich dann gesagt habe, ja, dann mach mal. Aber du gibst mir jedes Mal Bestätigung, warum ich mich so verhalte und mich so benehme. Warum ich Nein sage, warum ich standhaft bin, warum ich sage Nein. Einfach aus dem Grund, sobald ein Mensch deine Grenzen übertritt, nicht akzeptiert, was du willst, ja, und wohin dein Weg gehen soll und du selbstbewusst bist, dann scheißt du auf diese Menschen nämlich, weil du genau weißt, dass es immer wieder tun werden, es ist auch egal, welche Namen sie im Endeffekt tragen, es sind letztlich immer dieselben Kategorien von Mensch und ich habe mir da an dem Punkt gesagt, ja, dann mach mal, wird mir das zu bunt, wirst du es merken, sag ich immer. Da wird es auch wieder lachen drüber, weil sie genau weiß, was ich meine, wenn ich sage, ja, lass ihn mal weitermachen, er wird es merken und sie darüber schon lacht, weil ich das so schön noch mit einem sarkastischen Unterton sage und sie genau weiß, was dann passiert, in der Regel. Ich habe lange, lange drüber nachgedacht und ich habe auch lange, lange drüber nachgedacht über gewisse Aktionen und ob ich überhaupt jemals wieder Menschen in der Art, die mir so einen Schmerz verpasst haben, wieder mein Leben lassen würde und ich habe gesagt, nein, ich möchte das einfach nicht, weil ich genau weiß, dass dieser Mensch, wenn die wieder in mein Leben kommt, wieder denselben Shit macht, die wird mir wieder das Herz brechen, die wird mich wieder demütigen, die wird mich wieder von einem Alkoholiker austaschen und wieder und wieder und immer wieder dieselbe Scheiße machen. So, das sieht man immer wieder. Das ist auch der Punkt, warum andere sagen, wie Janisane zum Beispiel, immer wieder gesagt haben, nö, Agent, die wird sich nie ändern und das ist so. So, das ist einfach, wenn man behindert ist und eine Beeinträchtigung hat und nicht klarkommt. Hier möchte ich einfach nochmal dabei sagen, es ist egal, welche Beeinträchtigung man hat, im Prinzip ist jeder Mensch, im Prinzip so zu nehmen, wie dieser Mensch ist. Nur man kann nicht, es gibt aber auch letztlich Dinge und Taten, das muss ich hier auch dabei erwähnen, die muss man nicht erduldern, wenn das vor allen Dingen auch Sachen sind, die einem in die Schuhe geschoben werden, die man nicht macht. Ganz aufpassen, Leute, das müsst ihr mit euch echt nicht machen lassen. Es gibt halt Dinge, die sind noch im Tragbaren und dann gibt es aber auch Dinge, die sind im Umtragbaren. So, und ich sage ganz klar, wenn es so weitestens untragbare geht, sind wir anderen nicht dafür verantwortlich, dies zu tragen, dies auszuhalten, etc. So, dann sind wir auch dazu berechtigt, zu sagen, jo, da mach mal und den Menschen auch beiseite zu schieben, weil wir das nicht unbedingt tragen müssen. So, und diese Person hat einfach auf falsche Menschen gehört. Na, Musikproduktion erzählt, ne, Person X, sage ich jetzt mal, ja, Strähnchen erzählt Scheiße über dich, weil er auf dich steht. So, ich bin einer, der sowas grundlegend nicht macht. Und deswegen haben alle irgendwo gelacht und gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Selbst die Community konnte sich das nicht vorstellen. Meine Familie hat gesagt, was? Nee, so haben wir dich nicht erzogen. Freunde sagen, nee, sowas machst du nicht. Ja, so, und das ist halt einfach, was ganz, ganz viele wissen. Und letztlich hat sich das immer weiter ausgebreitet und ausgefächert, weil dieser Mensch des Todes auch eifersüchtig war, weil er diesen Menschen nicht haben konnte. und hat natürlich immer weiter dafür gesorgt, durch diese Manipulationsaktion, die er gemacht hat, immer weiter zwischen ihr und mir dann immer tiefer einen Keil reinzutreiben. Immer tiefer und tiefer. Und das wird ja auch nicht besser. Es wird ja immer schlimmer. Er hat ihr ja dann mitunter auch Scheiße eingeredet und ihr gesagt, jo, wenn du den, also, stalk den mal, weil, dann kriegst du den auch zurück. Hat ja bei mir ja auch geklappt. So ein Bullshit. Ne? Wenn ich mich von jemandem trenne, dann muss ich dem anderen Ruhe lassen und Zeit und Raum geben, damit er sich auch wieder sammeln kann, sich wieder erholen kann von dem Trennungsscheiß und auch Trennungsstress, weil das ist nun wirklich super anstrengend. So, und wenn man das natürlich nicht macht, dann kriegt man den anderen nicht zurück und der andere entfernt sich immer weiter und genau das ist passiert. Ich habe mich immer weiter entfernt und wollte immer weniger davon wissen, weil der Schmerz in dem Moment nie wirklich aufgehört hat. Für mich war das wirklich eine Tortur bis zum geht nicht mehr. Die Dinge hatten nie aufgehört gehabt. Und das ist das Problem dabei gewesen, was Madame nie geschnallt hat. Sie hat immer weiter gemacht und hat immer auf die Menschen gehört, die ihr nichts Gutes wollten. Und deswegen ist das alles auch im Endeffekt so ausgeartet. Kann ich nichts machen. Ich bin immer mehr auf Abwehrhaltung gegangen, weil ich gemerkt habe, dass das für mich nicht mehr gut war. Das war auch nicht gesund. So, und ich weiß auch, dass die Person, äh, auch wenn sie sagt, so, äh, ich will nicht, dass der sich verändert, ich hänge doch an dem. Ich glaube das einfach nicht, dass sie mich je geliebt hat oder je an mich gehangen hat. Das glaube ich einfach nicht mehr, weil es sind einfach so viele Lügen zutage gekommen. Sie hat so, diese Person hat so viele Menschen angelogen. Das, das sind Dinge, da fängt man irgendwann an, an das zu hinterfragen. Man kann das nicht mehr glauben. und all so eine Sachen. Denn wenn ich jemanden liebe, dann tue ich das dem anderen nicht an. So, und würde es nie zulassen, meinem Anbei sein, dass dieser Mensch über meinen Freund so erzählt. Würde dem einen Korken geben, ja, dass der ruhig bleibt. Würde Partei ergreifen. Würde ich niemals, also, nee, das hat auch echt nichts mehr mit Liebe zu tun gehabt. Es war einfach nur eine Zerstörungsaktion. Und, ich soll das einfach nicht mehr jucken, weil mir ist es egal. Ich mache trotzdem weiter. Mir geht es viel, viel besser. Um das mal kurz zu zeigen, in kurzen Worten, ich habe hier gutes Essen, ja, und ich habe hier nicht nur gutes Essen, ja, ich habe hier auch den hier, ja, ja, und ich habe nicht nur den hier, ich habe auch den hier, ja, also ich lasse ihn mir heute richtig, gut gehen, werde mir richtig schön den Bauch vorgeschlagen, so, ne, aufgrund dessen, weil ich auch gut trainiert habe, weil ich wieder recht viel aktiv war, und es mir einfach mal, mir mal wieder gut gehen lassen, war in der Badewann auch, duschen, und, und, ja, ja, ich lasse mich einfach nicht mehr klein kriegen. und die Leute, die Leute, die mich versuchen klein zu machen, die mache ich klein. das hat man ja auch an den Mobbern gesehen, die gegen den Lewis auch angehen wollten, den, äh, ständig gemobbt haben, äh, im Internet, also Cybermobbing betrieben haben, und das war wirklich Cybermobbing, das ist auch nichts irgendwie, was hausgemacht ist, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, ob die nicht auch mal, ob die nicht auch mal den Ball flach halten können, so, ähm, soll auch jeder sein Content erstellen und entwickeln, wie er will, ähm, solange das im Endeffekt, ähm, solange das im Endeffekt auch so ist, und soll jeder machen, wie er denkt, ne, wichtig ist einfach nur, sein Ding zu machen, und auf anderer Meinung mal zu scheißen. Und so mache ich das auf eine Weise, ich akzeptiere dennoch die Meinung anderer, ähm, aber man muss in gewissen Situationen auch nicht alle über den Kamm scheren, das möchte ich jetzt ja auch nochmal sagen, ähm, das sind auch Dinge, die kann ich nämlich nicht ab, sowas, weil es sind nämlich nicht alle gleich, ne, es gibt Leute, die sind wirklich faul, beispielsweise haben keinen Bock zu arbeiten, und, äh, ne, dann gibt es aber auch Unterschiede, da muss man ganz klar sagen auch, ne, das sind einfach Sachen, die muss man nicht verstehen, und, ähm, ja, das sind einfach auch so Sachen, ähm, die in meinen auch so, in meinen Augen, ehrlich gesagt, auch in eine ungesunde Schiene gehen, und ich möchte das einfach nicht mehr. Sei es mit meinem Gewicht, und auch mit Psychopharmakan, etc., pp., das sind alles auch so Sachen, die abgestellt werden, und auch für eine langfristige und bessere Gesundheit sichergestellt wird, und damit das auch so bleibt, gehe ich auch weiterhin zum Sport. Ja, ich kann das leben, was ich möchte, ich möchte ein Sixpack haben, und ich sage es euch, wie es ist, ich werde auch ein Foto machen, wo das dann auch ist, mit meiner Mastektomie, und mit meinem Sixpack, und so, das werde ich alles machen. So, denn mittlerweile zeige ich mich gerne, irgendwo, mittlerweile, und schäme mich dafür überhaupt nicht, was ich bin, und was ich sein will. Bin viel, viel glücklicher, und mir geht es einfach viel, viel besser, alleine auch, weil die Kontakte in der anderen sind, und auch keine Kontakte sind, die mir immer wehtun wollen, weil, das möchte ich einfach nicht mal. Langfristig gesehen, möchte ich irgendwann auch Menschen haben, um mich, eine Person, um mich haben, die auch sagt, hier, ne, dass sie mich liebt, und das auf ehrlicher Weise, und nicht irgendwie, aus falschen Motiven, und unehrlichen Motiven, vor allen Dingen, und die Person mich in Wirklichkeit gar nicht leiden mag, nur, die Energie aus mir herausziehen will, meine Persönlichkeit klauen will, weil sie keiner hat. Sind alles so Dinge, die sind nicht cool, ich möchte das einfach nicht mehr, langfristig gesehen.